Willkommen bei Schattenwacht Tarot. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Stier für den Monat Juli 2022. Ich habe dafür diese zwei Tarot-Decks bereitgelegt und möchte schauen, was so die Stiergeborenen im Monat Juli erwarten könnte. Ich deute vorrangig auf den privaten Bereich, auf eure Beziehung, Partnerschaft, Ehe. Ihr könnt aber selbstverständlich die Legung auch auf andere Lebensbereiche umdenken, wenn jetzt das Berufliche oder das Familiäre vielleicht stärker am Vordergrund stehen sollte. Wenn Personenkarten auftauchen sollten, Königinnen, Könige, Pagen, Ritter, kann für beide Geschlechter stehen. Und denkt bitte immer daran, in meinen Legungen geht es um die Allgemeinheit. Ich lege für alle Stiergeborenen in diesem Video. Das heißt, es kann und wird passieren, dass sich hier ein Einzelner nicht aufgehoben, nicht abgeholt fühlt, weil er sie eine ganz spezielle Lebenssituation hat. Vielleicht etwas ganz Kompliziertes oder auch Geheimnisvolles, was man schon mal gar nicht öffentlich in einem Video besprechen könnte. Jedenfalls, wenn es nicht passen sollte, ist es nicht eure Legung, zumindest nicht für diesen Monat. Ihr könnt bei Bedarf euch die Legungen für euer Aszenenten-Mond-Venus-Zeichen anschauen. Manchmal passt es da besser. So, dann starte ich jetzt mal endlich. Ich bin sehr gespannt. Bei den Stieren ist einiges los. Ja, ja. So. Die wollte ganz schnell raus. Tada! Der Ritter der Münzen. Ich lege mit dem anderen Deck hier noch weitere Karten dazu und dann sage ich mehr dazu. So, 10. Kälte. 10. Münzen. Und der Ritter der Stäbe. Eine ist mir runtergeflattert. So, die nehme ich nicht mit rein. Die ist auf den Boden gefallen. Hier, die Herrscherin. Ist runtergefallen. Die nehme ich nicht mit rein, aber ich werde sie berücksichtigen, weil ich glaube, die Herrscherin hattet ihr auch letzten Monat in euren Legungen, also in eurer Legung, in eurem Video. So. Ja, interessant hier. Interessant. Also relativ schöne Karten, aber auch sehr allgemein für mich. Da kommen wirklich sehr viele Szenarien in Frage. Ja, 10. Kälte ist das komplette Glück, was jeder Einzelne sich so darunter vorstellen mag. Für den einen ist es eine Familie, Gründung, Kinder bekommen. Für andere ist es ein Haustierchen. Wieder für andere ist es das Berufliche, ja, die Karriere, Geld. Also für jeden ist das was anderes. Auf jeden Fall deuten hier 10. Kälte an, dass es sich hier um einen ganz bestimmten Herzenswunsch handelt im Monat Juli. 10. Kälte, 10. Münzen, da geht es um dieses Sichere, ja, um das Feste, Stabile, um einen geschützten Rahmen. Könnt ihr hier auch was Familiäres anzeigen. Ja, eine sehr starke Stabilität, relativ feste Strukturen. Und hier mit dem Ritter der Münzen ist vielleicht eine Warteperiode angezeigt, ja. Man hat hier lange Zeit auf das gewartet. Und nun hier mit dem Ritter der Stäbe könnte da in diese Sache auf einmal mehr Tempo reinkommen. So scheint es mir. Ja, vielleicht ist für einige Stiere im Monat Juli die Zeit der Ernte. Hm. Ich lege erstmal hier links Karten für den Stier, um zu schauen, wie sieht Stier das Ganze, in welchem Bezug steht der Stier dazu, was empfindet der Stier. Neunte Münzen, Münzen, hier, also es sind tolle Karten hier momentan, also ist alles super. Vielleicht braucht ihr euch gar nicht, das Video anzuschauen, weil ihr so in eurer Mitte seid. So, ich lege mal weitere Karten hier. Die Herrscherin lege ich wieder rein, ja. So. Vielleicht ploppt die ja nochmal raus. Page der Kälte, der Wagen, der Wagen und die Welt. Ja, lieber Stier, also sehr starke Heilungsenergie bei dir im Monat Juli, so nehme ich das wahr. Hier mit neun der Münzen. Du bist sehr entspannt im Juli, sehr, ja, sehr von dir überzeugt. Du glänzt regelrecht, ja, egal wo du aufkommst. All eyes on you. Sehr charmant, sehr inspirierend. Du bist schon eine Erscheinung im Juli, habe ich das Gefühl. Und ich verspüre eine gewisse Leichtigkeit auch bei dir. Du bist nicht wie sonst immer sehr pflichtbewusst und strukturiert und so an deinen Verpflichtungen orientiert. Nein, du lässt irgendwie total locker hier im Juli. Sehr schön. Dann haben wir hier den Page, den Pagen der Kelche. Ja, du könntest eine schöne Überraschung bekommen. Etwas könnte dich entzücken im Monat Juli. Ich spreche jetzt so allgemein, ne, weil ich habe hier nur schöne Karten erstmal. Mal, also Drama sehe ich hier nicht. Auch keine Komplikationen, auch keine Blockaden. Deswegen, ne, sagt jetzt nicht, ich mache das hier zu oberflächlich. Also ich sehe hier wirklich nur Schönes. Ihr seid entspannt und hier könnte eine kleine Überraschung auf euch warten. Ja, gerade auch für die Singlestiere. Könntet ihr jemanden Neuen kennenlernen? Nette Menschen treffen? Ja, vielleicht auch ein kleines Geschenk bekommen. Ich sehe hier mit dem Wagen auch diese Aufbruchstimmung. Ja, vielleicht seid ihr auch viel unterwegs. Eine kleine Reise. Hier ist ein Aufbruch ersichtlich. Aber ein positiver Aufbruch. Eine Lockerheit. Also man findet Mut, irgendwo aufzubrechen, was Neues auszuprobieren. Und dann haben wir hier die Welt. Ja, die Welt steht euch offen im Juli. Alles spricht dafür. Ihr habt allerhand Möglichkeiten. Und ja, wie gesagt, diese Heilung sehe ich hier ganz stark im Vordergrund. Innerhalb dieser Heilungsphase wird auch ein altes Kapitel geschlossen. Ja, irgendein Zyklus ist hier für euch beendet. Das habt ihr gut abgearbeitet. Und nun könnt ihr relaxen und den Sommer genießen. Sehr schön. Ich schaue mal hier auf die andere Seite. Ja, mit wem habt ihr es denn im Juli zu tun? Sieben der Kelche. Jede Menge Kontakte. Also ich glaube, die Singlestiere sind hier besonders für diese Legung. Die fühlen sich besonders von dieser Legung angesprochen. Und auch die gebundenen Stiere genießen einfach so ihre Zeit im Juli. Ohne den anderen, den Partner dazu sehr ins Auge zu nehmen. Was macht er sie? Wo ist er sie? Nein. Also sehr entspannt. Und ja, sehr viele Kontakte hier. Sieben der Kelche. Aber ich sage zu der Karte gleich noch mehr. So, vier der Münzen. Zwei der Schwerter. Drei der Stäbe. Eine nehme ich noch. Meine Güte. Was sind denn das hier für Karten beim Gegenüber? Lieber Stier, bleib lieber Single. Das ist ja hier. Das ist ja aber ein Salat. Bei dem anderen. Also du hast es hier mit jemandem zu tun, lieber Stier. Der ist. Also wie gesagt, erstmal sehe ich hier echt viele Kontakte bei euch. Ihr seid viel unterwegs hier mit dem Wagen. Eine bestimmte Person erkenne ich hier, die nicht so ganz klar ist. Ja, da bist du in Vorsicht. Also hier, hier ist jemand etwas durcheinander. Etwas durcheinander vielleicht in Bezug auch auf euch, auf die Gefühle zwischen euch. Hier könnte auch jemand sowas wie sich betrinken oder bestimmte Ablenkungssubstanzen konsumieren, um sich hier von einem gewissen Kummer abzuschirmen. Hier ist jemand gefühlsmäßig durcheinander und hat da echt damit zu kämpfen. Warum? Hier haben wir vier der Münzen. Da ist jemand, der sich sehr zurückgezogen hat. Jemand, der viel Sicherheiten braucht, um sich zu entspannen. Dieses Problem hast du gar nicht, lieber Stier. Hier blockiert jemand sehr stark auch. Ja, zwei der Schwerter. Da ist jemand am Scheideweg. Weiß nicht, weiß nicht, wie er sie sich entscheiden soll. Hier wird in Betracht gezogen, etwas zu cutten, irgendwas abzuschneiden, irgendeine klare Entscheidung zu treffen, die aber einen Umbruch verursachen würde. Und dieser Mensch hadert damit sehr stark. Ja, könnte auch sein, dass dieser Mensch vorübergehend dir irgendwelchen Quatsch erzählt, weil er sich da noch Zeit verschaffen möchte. Also hier mit diesen drei Stäben, da will dich vielleicht jemand von einer bestimmten Sache überzeugen, begeistern oder dich nochmal umschwenken. Aber ich denke, das wirst du gar nicht an dich heranlassen, lieber Stier. Ja, weil wir haben hier diesen Ritter der Stäbe. Ich denke, das ist so eine flüchtige Energie, das ist so ein, ja, so ein kleines Strohfeuer, was hier auch auf dich zukommt als Option. Hier will dich jemand entweder verführen im Monat Juli oder dir irgendeine Idee ans Bein binden, die so toll klingt, so phänomenal, wo du aber blockieren wirst. Da wirst du sagen, nee, das ist gar nicht meins. Ja, also hier wirklich sehr komische Energien auf der Seite, muss ich sagen. Also Crosswatcher, wenn es hier welche gibt, die zugucken, nicht böse seien. Ihr müsst euch da gar nicht angesprochen fühlen. Aber ich habe das Gefühl, lieber Stier, genieße bitte im Juli deine Freizeit. Ja, verbringe die Zeit viel mit deinen Hobbys, mit netten Menschen, mit guten Freunden. Genieße das Wetter, schönes Essen, entspann dich, ja. Und wenn du merken solltest, dass hier jemand in deinem Umfeld nicht so ganz klarkommt, Blockaden hat, rumhadert oder rumfantasiert, vielleicht auch Quatsch erzählt, lass dich bitte nicht davon beeindrucken oder runterziehen, ja. Das sind alles hier kleine Arcanas. Das ist nur so eine Momentaufnahme. Kann auch sein, dass du hier im Juli mit jemandem zu tun hast, der derzeit eine schwierige Episode mitmacht. Ja, aber das ist hier nicht von großer Bedeutung, ja. Und auch die Single-Stiere, die da jemanden kennenlernen im Juli, guckt euch diesen Kandidaten bitte länger und genauer an. Der Schein könnte trügen. Ja, da könnte jemand daherkommen, hier als Ritter der Stäbe. Relativ schnell euch in etwas verwickeln wollen, aber das ist hier nichts für langfristig, ja. Und die, die gebunden sind, die in einer festen Beziehung sind oder wenn es hier um Berufliches geht, ihr habt es einfach im Juli mit jemandem zu tun, der da nicht so ganz ausgeglichen ist. Aber bitte versucht euch da einfach abzugrenzen, ja. Weil ihr habt hier sehr schöne Karten, also fokussiert euch da mehr auf euch im Monat Juli. Und genießt, was kommt, aber zieht das nicht so stark in euer Leben rein. So, wie geht das hier weiter? Acht der Stäbe. Zehn der Schwerter. Der Teufel. Und der Magier. Oho. Und hier auf der anderen Seite. Sechs der Schwerter. Zwei der Stäbe. Und der Mond. Ich habe jetzt zum Schluss alle Karten herangesucht, damit ihr die hoffentlich alle gut erkennen könnt. Wie ich schon gesagt hatte, also dieser Mensch, der hier so ein bisschen Schwierigkeiten hat im Juli, vielleicht auch mit seinem Alltag, mit seinen Verpflichtungen, das wird relativ schnell vorübergehen, sagen wir hier diese Acht der Stäbe. Da kommt es relativ schnell wieder zu einem Wechsel, zu einer positiven Veränderung. Hier habt ihr Zehn der Schwerter. Ihr schließt hier mit irgendwas ab. Gerade so die Single-Stiere, die hier vielleicht im Juli jemanden kennenlernen. Ja, wo vielleicht der Schein so ein bisschen trügt. So ein kurzes Abenteuer. Das werdet ihr relativ schnell wieder Adapter legen. Auch die gebundenen Stiere, die hier im Juli mit einem Partner zu tun haben, der vielleicht ein bisschen angestrengt wirkt. Ja, das werdet ihr auch relativ schnell wieder verdauen. Verdauen passt immer ganz gut zum Stier. Du musst ja so vieles verdauen, ja. Und ich sehe hier auch bei einigen Stieren, falls die hier jemanden Neuen kennenlernen, ja, da wird der Stier vielleicht auch mal eine Absage erteilen müssen. Ja, hier sehe ich definitiv auch für einige so einen Kandidaten, der da unbedingt den Stier haben möchte. Aber der Stier sagt hier, nee, sorry, ehrlich, gradlenig sagt der Stier, nein, das wird hier nichts mit uns. Ja, und dann zieht dieser Mensch hier aber auch weiter und macht hier seine Pläne mit jemandem anderen. Dann sehe ich hier etwas für die Zukunft, was echt von Bedeutung ist. Und jetzt haltet euch bitte fest, liebe Stiere. Wir haben hier in den Zukunftskarten den Magier und den Teufel. Ich sehe euch hier in der Zukunft etwas manifestieren. Ihr werdet hier etwas forcieren, etwas vorantreiben, voller Begeisterung, etwas, was ihr euch echt innigst wünscht. Das zieht ihr in euer Leben rein mit dem Magier. Leider ist der Teufel hier direkt daneben. Und er sagt mir, lieber Stier, du läufst Gefahr. In der Zukunft, dir hier etwas zu wünschen, etwas in dein Leben reinzuziehen, was dir nicht gut tun wird. Hier mit dem Teufel, pass bitte etwas auf. Wir haben hier auch den Mond auf der anderen Seite. Hier ist ein Mensch, der das schon kommen sieht. Entweder es ist ein Außenstehender, ein Freund, ein Bekannter oder jemand von der Familie. Jemand, der diese Entwicklung bei euch schon erkennt und euch versucht zu warnen. Oder es ist ein Mensch, mit dem ihr schon mal etwas zusammen gelebt habt. Eine Beziehung, ein Vertrag, was berufliches, irgendwas. Das habt ihr mit einem gewissen Menschen vielleicht schon mal durchexerziert. Es hat schon früher nicht funktioniert. Und nun versucht ihr das wieder. Und dieser Mensch weiß aber, dass es nicht funktionieren wird. Ja? Liebe Stiere, es ist so, der Planet Uranus ist ja in eurem Zeichen. Uranus steht im Stier. Und das bedeutet für die Stiere, die ja so gewohnheitsliebend sind, so sicherheitsliebend, ja, die so feste Strukturen bevorzugen, es wechseln sich immer wieder Zeiten ab. Zeiten, in denen ihr klar seid, unabhängig seid und das Gefühl habt, alles ist so geordnet und sicher, wie ich mir das vorstelle. Und dann kommt ganz plötzlich etwas rein, womit ihr gar nicht rechnet. Und das wirft das Ganze noch mal komplett durcheinander, wie so eine Sanduhr, die sich immer wieder umdreht. Ich weiß, das ist schwierig für euch, gerade für euch, weil ihr könnt mit solchen starken Umbrüchen nicht so gut umgehen, wie die anderen Sternzeichen. Ja? Und deswegen, ich sage, genießt einfach hier den Juli und auch so eine Zeit der Ruhe, der Entspannung. Es kommen wieder andere Zeiten und es liegt auch an euch, zu schauen, was manifestiert ihr? Was wollt ihr in euer Leben reinziehen? Habt ihr die Lehraufgabe verstanden? Ja, weil Uranus bringt ja auch immer die Chance, alte Krusten, alte Strukturen, alte Denkmuster zu durchbrechen, um ja, wie der Phönix aus der Asche etwas ganz Neues im Leben zu errichten, unter ganz anderen Vorstellungen, unter ganz anderen, vielleicht auch futuristischen, neuen, innovativen Gesichtspunkten. Dafür muss man auch reif genug sein. Und mit reif meine ich nicht das Alter, Lebensalter, damit meine ich die innere Einstellung. Vielleicht müssen einige hier diese Teufelskarte, das nochmals wieder erleben, sich irgendwo rein zu begeben, was aber nicht mehr für euch passt, um da wieder rauskatapultiert zu werden mit dem Uranus. Weil der Uranus zerstört immer das alles, was nicht mehr zu euch passt, was für euer Leben, für eure weitere Entwicklung nicht mehr zeitgemäß ist. Dazu gehört auch, sich ehrlich den Dingen zu stellen und vielleicht sich auch einzugestehen, dass dies und jenes und der und die nicht mehr in mein Leben reinpasst, weil ich jetzt jemand anderes bin. Ja, der Uranus will ja Platz schaffen für was Neues, aber er kann auch manchen Menschen Angst machen, weil die Umbrüche, die der Uranus mit sich bringt, auch sehr überraschend sein können und wirklich feste Fundamente wegspülen kann. Ja, das ist wie, na wegspülen ist der falsche Begriff, also Uranus ist eher wie so Sprengstoff. Ja, und das ist nicht immer angenehm, das muss man mögen. man kann das Ganze glimpflich umschiffen, indem man wirklich auch proaktiv sich genau überlegt, wo gehe ich rein, mit wem gehe ich einen Vertrag ein, mit wem möchte ich eine Beziehung haben, ja, wenn ich zum zehnten Mal mich in eine Beziehung reinstürze, die mir nicht gut tut, und ich weiß das, dann, ne, dann kommt halt wieder hier der Teufel und danach der Turm und dann funktioniert das einfach nicht. Hier geht es auch wirklich um starkes Bewusstsein, hier große Arkanas bei dir, vier Stück, ja, das Bewusstsein dafür schärfen, was passt noch zu mir und was nicht mehr und wenn wir Dinge, Situationen und Menschen in unser Leben reinlassen, wo uns eigentlich das Bauchgefühl sagt, das hat schon früher nicht funktioniert, ja, dann wird es wieder Probleme geben, ja, ja, gut, schauen wir mal im August, wie es weitergeht, ich wünsche euch einen wunderschönen Juli, genießt das schöne Wetter, genießt den Sommer und vielleicht bis bald wieder, tschüss!